Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel. Unser Hörspiel ist die Zusammenfassung von allen Videos aus der kompletten vergangenen Woche. Bedeutet, ihr hört heute nichts Neues, sondern nochmal alle Anrufe, uncut ohne mein Gequatsche dazwischen. Das einzigste, was hier geschnitten ist, sind die Pausen, also die Wartepausen, wo nicht gesprochen wurde, um das Ganze hier nicht zu langweilig zu gestalten. Wenn ihr möchtet, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, nachdem ihr das gehört habt. Ansonsten verteilt gerne die Videos auf Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp und so weiter. Und wer möchte, jetzt auf Twitter gibt es auch eine neue Twitter-Seite, ccabzocke. Schaut gerne mal vorbei und abonniert auch gerne dort. Vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören. Ja, perfekt, Herr Steiner. Ich bin Karoline aus Handelsplattform. Ja. Also, Sie haben Interesse, jetzt selbst Training machen, ja? Mhm, genau. Mhm, okay. Haben Sie Erfahrungen an diesem Bereich? Nee, bis jetzt noch gar nicht. Okay, keine Erfahrung. Mhm, genau. Okay, kann ich etwas Ihnen fragen? Ja. Warum ich höre meine Stimme? Weiß ich nicht, warum Sie Ihre Stimme hören. Ach so. Machen Sie ein Video, ja genau, für YouTube. Bitte? Sie machen ein Video für YouTube, ja? Ja, ja, genau. Schönen Tag! Jo. Wesen. Und wie viele kommen hier um mich? Bitte? Und wie viele, also, da gibt es viele Menschen, wie viele? Ja, im Durchschnitt sind es gerade so 1.000. Ach so, 13.000. Äh, Entschuldigung, Sie sind ein Mann? Ja. Ach so, ich habe gesagt, Sie sind eine Frau. Moment, bitte. Mhm. Ah, okay, ich habe schon mit unserer technischen Abteilung gesprochen, ja, Sie sind ein Mann. Mhm. Äh, und wie alt sind Sie? Ich bin 29. 21? Nee, 29. 29? Mhm. Mhm. Äh, ich habe schon gedacht, Sie sind 100. Na ja, okay. Okay, Moment, bitte. Mhm. Ja. Ja, hallo? Ja, hallo. Möchten Sie auch jemanden grüßen? Ja. Ja, wen denn? Ja. Ah ja, okay. Mhm. Bist du erst hier von einem Kindergarten, ja? Nee. Nee, und was bist du überhaupt? Scheiße. Was denn? Was bist du überhaupt? Was ich bin? Mensch, Kinder, alte Person einfach oder sowas. Ich verstehe nicht. Oh, ich verstehe nicht. Mhm. Oh, hast du einmal Frau? Nee. Ja. Nein. Weißt du, dass Ihre Frau geht fremd? Ich habe ja keine Frau. Oh, gestern hat sie mir so gesagt. Mhm. Äh, äh. Warum machst du solche Dinge? Ja, weil ihr Betrüger seid, deswegen mache ich solche Dinge. Doch, Ihre Stimme gefällt mir einfach nicht, deswegen leite ich den Anruf. Ach so, okay. Hallo, Herr Steiner? Ja. Äh, ähm. Sie sind Herr Steiner? Ja. Ach so, Ihre Stimme gefällt mir ja nicht. Moment, bitte. Mhm. Ach so, nochmal diese scheiße Personalen. Ich möchte nicht sprechen. Mhm. Hallo? Ja, hallo. Hallo, scheiße. Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Es scheint ja so, als wollt ihr alle mal in YouTube. Oh, sag auch, äh, dass deine YouTube-Kanale, äh, Schauende auch scheiße sind, ja? Ah ja, okay, die Zuschauer sind alle scheiße, okay. Okay, äh, sie sind alle scheiße, Leute. Ah ja. Da werden die sich bestimmt auf jeden Fall über euren Anruf freuen. Hallo? Ja. Äh, Ihre Stimme gefällt mir nicht. Mhm, das hast du schon gesagt. Hallo? Ja. Guten Tag. Ja, hallo. Hallo, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's soweit super. Also, ich hab heute schon einige Videos wieder zusammen. Ja. Ich bin gerade im Schnitt. Aha, sehr schön. Hm. So, äh. Äh. Sie haben eine, äh, Stimme. Mhm. Äh, das gefällt mir nicht so. Achso, okay. Ja, das ist ja nicht weiter schlimm. Tschüss. Hm. Also, ja, haben Sie eine gute Video gemacht für Ihren Kanal? Ja, ja. Wir haben es auch gemacht. Perfekt. Mhm, super. Also, so viel. Wissen Sie, warum wir haben Ihnen gerade angerufen? Auf jeden Fall, wir haben Ihre Nummer nicht aus Handelssätzen, sondern wir haben Ihre Telefonnummer aus Internet. Mhm. Ich weiß es nicht, wissen Sie oder nein, aber da gibt es so viele, also welche Webseite, die schreiben Ihre Telefonnummer. Mhm. Als ein, ähm, wie kann man sagen, ähm, berührtes Mensch. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Und eine Frage, warum machen Sie es? Ja, weil Sie Betrüger sind und ich Ihnen Zeit stehlen will. Aber es scheint ja auch gut zu funktionieren. Sie verplempern ja gerade wieder Ihre Zeit. Entschuldigung, was wäre Sie? Ich sagte, ich will Ihre Zeit verplempern und das scheint ja auch sehr gut zu funktionieren. Ach, wissen Sie, wir machen ein Video für unsere Kanal. Deswegen, Sie, äh, können einfach mit uns sprechen. Naja. Wir machen, also, es ist einfach egal für uns, ja? Mhm. Es ist nicht Arbeit oder sowas. Wir machen ein Video. Wir haben Ihre Telefonnummer gestern aus Handelsplätzen bekommen. Mhm. Ich habe jetzt plötzlich noch eine Webseite und habe mich schon angerufen. Nein. Aber dann solltet ihr mir dann einfach, ähm, ein bisschen sprechen mit Ihnen. Naja, das ist ja kein Problem. Dafür ist die Nummer ja da. Hi. Ja, hallo. Ja, hallo, guten Tag. Mhm. Yo, Bro. Wie geht es, Bro? Hallo. Du sprichst auf Russisch? Was für ein Ding? Nee, das verstehe ich nicht. Du sprichst auf Russisch? Nee, Deutsch. Nee, Deutsch? Ja. Was heißt, nicht Deutsch? Mhm. Nee, nicht Deutsch. Deutsch ist die Maschine, nicht Deutsch. Englisch? Du sprichst auf Englisch? Nee, wie gesagt, der Kanal ist auf Deutsch. Also, wenn ihr was... Ja, nicht Pizdi, ich verstehe, du verstehst, Herr Baronski. Was ist das Pizdi, ich bliebe? Tja. Aber ich denke mal, die Zuschauer werden es mir übersetzen können, was es heißt. Aber was du da sagst? Ich sage, lieber in Russisch, lieber in Englisch. Mhm. Du bist bereit? Möchtest du auch noch jemanden grüßen? Do you start? Ah ja, okay. Okay? Mhm. Let's go. Do you speak it? Do you understand me? Understand? Wie gesagt, du kannst gerne auf Deutsch mit mir sprechen. Ja, aber ich habe, 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 ich habe. Du bist nicht, du bist nicht, du bist nicht, du bist nicht, du bist nicht? Ja, ja. Mhm. 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 Nee, ja, ich sage nicht, warum. Sлушай, du, Putin, du weißt, Putin? Ich bin, ich bin, ich bin, Putin. Mhm. Okay. Und er hat dir scheiß. Ah ja. Mhm. Putin ist scheiße, du. Ja, ja, also, wie gesagt, das, was du mir sagst, können wir die Zuschauer garantiert in den Kommentaren beantworten. Äh, 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 äh. Putin, you and your Germany, scheiße. Ah ja, okay. Okay? Okay. Putin ist power. Well? Also wenn ich dir das beantworten soll, dann musst du mir das auf Deutsch übersetzen, ansonsten wird das nix. Das ist welcher Gespräch? Wer hört mich? Nein, außer Wax. Wer hört mich? Aber verwendet, was er sagt. Ich verstehe nicht. Ah ja. Bro, bro, bitte. Sprich, sprich. Okay, sprich. Komm, sprich. In, in. In anderen Sprachen. All Englisch, all Russisch. Englisch, do you understand? Do you speak in Englisch? Du kannst mit mir auf Deutsch sprechen. Wie gesagt, der Kanal ist auf Deutsch. Also, wenn dich die Leute verstehen sollen, dann sprichst du auf Deutsch. Ja. Ja, Deutschland, Deutschland. Ja, Deutschland. Deutsch, Deutsch. Ah, Deutsch. No, bro, no, no, no. Ich spreche in Russisch oder Englisch. Ich bin Russisch. Ich bin Russisch? Bro, hör auf mich, bro. Ja, ja. Ich bin Russisch. Und Putin. Vladimir Putin. Du kannst, du verstehst? Vladimir Putin. One second. Susan. uum. God? God, was functioned. I have a question. What? Vladimir Putin. Feel His power. Hmm. Hmm? Medvezev. Wkanträkantsof. Hmm. Will. Ihr scheint wirklich ein sehr, sehr seriöses Unternehmen zu sein. Nein, aber das hatten wir ja schon. Nein? Ja. Da lieb ich sie. Gebt mir mal wieder jemanden anders. Die anderen, die können wenigstens Deutsch. Nein, nein, nein. I am, bro, listen to me. I am not understand is Deutsch language. It is Deutsch language. It is your language. I am not understand. But I am understand. But I am understand Russian, English, so, so Spanish. You speak Spanish, Spanish, Spanish or French. Spanish, French, English, Russian. You speak in German. Ja, ja. Ja, ja, ja? No, I can't speak about what I say. I'm a German. You speak English, English, English. Bro, listen to me. You listen to me, bro. Wenn du von mir eine Antwort haben willst, dann sprich mit mir auf Deutsch. Deutsch? Mhm. Äh, English, English, Deutsch, English. Bro, English. Du kannst gerne mit mir auf Deutsch weitersprechen. So, what? Äh, I think, äh, your subscribers, understand in Russian. Mhm. I, äh, I, so, I see you're in life. You're a very interesting man. My, uh, if you think, Uh, if you think that you have someone, I, uh, say you, You pizdish. A techo you pizdish? Mhm. 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 It's, uh, no, Thomas. Bro, uh, I work in this company. In this company, yeah? Uh, and, uh, Uh, brokers in this company. Over, uh, 100, 200. Over. Gavare, bravo. Kavnar mela gavare? Huh? Georgi? Say, say, go, look. Gringo. Okay. Okay. Tag. 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 Ja, scha. Sekunde. Eure Verbindung wird gerade irgendwie schlechter. Do you listen to me? Jetzt höre ich dich wieder, ja? Do you have money? Mhm. Do you have money? Ja, ja. Ja? Do you have money? Ja? Ja? Ja, bitte gedacht. Okay. Uh... Okay. Your money Your money No, no Your money So it's in your ass Your money in your ass It's very It's very Extra Extra Yes How long do I say to myself a little more? Can you say to myself another person? I don't understand German 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 I say again If you think I think that you can stay at some one, or people, or you? Du langweilst mich ein bisschen. Fuck it! Fuck it! Fuck it! Taken Brokers, kak ja, kak jesb angliski. Taken Brokers, kak ja, robotnikov. Mhmmm. Advisors like me, balsche 1000. 100. And in this moment, when I speak with you, other agent, other, other advisor, calling with 200 people. You, in this moment, very stupid man, if you think save other people. Mhmmm. 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 My work time is over. One hours ago. Mhmmm. 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 Und, hast du gefunden? Was? Hast du gefunden? Nee, Abzocke mit E am Ende. Abzocke mit E am Ende. Buchstabier bitte nochmal. Ja, Callcenter ist, denke ich, mal klar. Dann Leerzeichen und dann A, B, Z, O, C, K, E. A, B, T? Nee, A, B, Z. Aha. Und dann O, C, K und ein E. Machinau, C, K. Machinau, C, K. Machinau, C, K. Machinau, C, K. Okay, Herr Steiner, können Sie es nochmal sagen? Ich habe es, denke ich mal, jetzt schon oft genug gesagt. Aber wir einfach finden ihn nicht. Ja, dann muss das halt in die Suche eingeben. Wir suchen? Mhm. Kreuzende Abzoger, ja? Mhm, genau. Aber da gibt es nicht im YouTube. Hm. Tja. Und wir können also es machen einfach, wir möchten ihn finden. Es gibt ja noch andere Kanäle. Okay, sagen Sie andere Namen? Callcenter-Fan. Moment. Oder Callcenter-Scam-Bating, kann ich auch noch sehr empfehlen. Oder Callcenter-Terrorist. Callcenter-Moment. Oder Telefonzieger. Hm, ich finde es einfach nicht. Hm. Okay. Und Sie können mal Ihre Kanal finden. Ich möchte es auch schauen. Ja, über die Suche. Ja, wir suchen immer, aber da gibt es nicht. Tja. Okay, Moment, Moment. Wird langsam ein bisschen langweilig mit euch. Boah, mit ihr auch. Dann halt den Mund und diktieren mehr. Nö. Ich denke mal, ihr werdet das schon hinkriegen. Doch scheiße, diktieren mehr 10. Halt den Mund, das was sagt, diese Buchstaben. Mhm. Kriminelle Grußfernse, ja? Mhm. Bist du Lüger, bist du selbst ein Betrüger, dann sagen sie mir diese Kanalname. Diktiere. Seid ihr eigentlich zufrieden mit eurem Job, dass ihr so die Menschen ausraubt? Doch halt den Mund, sprich über keine andere Sache, nur diktiere mir diese Name. Mhm. Möchtest du noch jemanden grüßen? Möchtest du noch jemanden grüßen? Nein. Na, mir ist scheißegal, was du machst jetzt. Sag mir diese Name. Nö. Ich hab dir ja jetzt schon noch ein paar Namen genannt. Blöder King TV gibt's auch noch. Ich hab noch nichts gehört. Mhm. Sind sie jetzt live? Haben sie jetzt live in YouTube? Mhm. Dann sagen sie mir einen Namen, diese. Ihren schmutzigen Namen, sagen sie mir bitte. Ich soll dir schmutzigen Namen geben. Ja, gib mir einen schmutzigen Namen. Mhm. Du gestehst auch selbst. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich will ziemlich viel Zeit haben, ne? Bist du nur ein... Bist du nur... Was zeige ich? Teiche für die, äh, sauber, Also, für Boden oder sowas. Mhm. So einfach so. Dann sag mir oder lege ich auf. Okay. Mhm. Geh weg, seltsam. Ja. Wo habe ich mich jetzt angemeldet? Auf Ihrer Webseite oder bei einem Partner? Da haben Sie sich gerade selber widersprochen. Bei unserem Partner, bei unserem Partner API, aber wir sind doch die Brokerfirma, CFD Broker, jetzt aus Großbritannien heißen wir uns, also Golden Geek Global. Also unser Partner hat die Werbung gemacht und sie haben darauf diese Werbung geklickt und also dann, sie waren zu unserer Plattform weitergeleitet, Golden Geek Global, weil wir helfen also Ihnen am Finanzmarkt einzusteigen. Aha, und wie heißt der Partner? API API Ja, da konnte es sein, dass Sie haben eine Werbung, äh, Bitcoin Handel, automatisiertes Handelssystem, vielleicht haben Sie es dann gesehen und ja, darauf geklickt haben Sie. Also bei einem Partner namens API habe ich mich nicht angemeldet. API ist eine Computerschnittstelle. Äh, nein, es kann nicht einfach so sein. Na ja doch, das Wort API bedeutet das, äh, Computerschnittstelle. Okay, 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 kein Problem. Dann also ich rufe jetzt Sie an, da, weil Sie haben sich registriert, angemeldet und eine Anmeldung, eine Frage hintergelassen. Ich bin Ihr Handelskontomanager und ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren und irgendwelche Fragen, vielleicht haben Sie irgendwelche, also so zu beantworten. Also was soll ich denn für Fragen haben? Also meine erste Frage wäre vielleicht, warum muss da Musik im Hintergrund dazu laufen? Äh, okay, also Sie haben sich angemeldet, ja? Ich, äh, damit haben Sie nach unserem Anruf aufgefordert. Jetzt rufe ich Sie an, um Ihnen zu erzählen, wo, wer sind wir. Also wir sind eine Peer-of-the-Broker, also die sogenannte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die hilft regelmäßige Leute am Finanzmarkt einzusteigen mit weniger Anlage, als es nötig ist. Also, äh, ja, zum Beispiel, jetzt gibt's die Möglichkeit, ähm, ich möchte nicht der Preis jetzt am Anfang zu sagen, aber okay, ich werde es erklären. Wissen Sie etwas über Finanzmarkt? Haben Sie also, äh, haben Sie irgendwelche Erfahrungen schon gesammelt? Gut, das geht sich ja erstmal nichts an. Und, äh, wie nennen Sie sich, äh, Finanz-, wie? Golden, Golden, Gates, Sie haben ja gerade irgendein komisches Wort gesagt. Mein Name, mein Name, mein Name ist Markus Hegemann. Ja, das glaubt Ihnen doch aber auch keiner. Okay, kein Problem. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich schon gesammelt? Ja, dazu hab ich schon geantwortet. Sie haben es nicht. Ich hab dazu schon geantwortet gerade. Ich hab es nicht gehört, weil Sie sprechen, also, ich kann mich, äh, hören, zu hören, von der Seite, ich kann mich zu hören, und ich kann, äh, also so einfach Sie nicht so gut hören. Sie sprechen sehr leise. Nö, leise sprech ich nicht. Also, sagen Sie mir bitte nochmal, also, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich schon gesammelt oder nicht? Ja, hab ich Ihnen gesagt, das geht Ihnen nichts an. Also, Sie haben keine. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das geht Sie nichts an. Entschuldigung, ah, darfst du fragen, was bedeutet das? Bedeutet das, dass Sie das nichts angeht. Machen Sie da mal die Musik aus, weil das ist furchtbar. Einen Moment, bitte. Einen Moment. Ja, und daraus habe ich geantwortet. Okay, er hat leider nicht verstanden. Ja, er scheint nicht besonders intelligent zu sein, hatte ich das Gefühl. Ähm, also, vielleicht ist die Verbindung, Herr Stein. Nö, die Verbindung ist das nicht. Das liegt an der Intelligenz, denke ich mal. Alles klar, also, ähm, Sie haben diese Registrierung gemacht. Ja. Weiß nicht, ob Sie interessiert sind oder nicht. Ja? Ja, habe ich ja auch schon dazu erklärt, dass ich das nicht gemacht habe. Alles klar. Also, das war ein Fehler, oder hat jemand andere Ihre Daten benutzt? Also, Sie haben Ihre Namen, Ihre Telefonnummer und die mehr hier bekommen. Ja, nicht jemand, sondern Sie. Okay. Also, Sie haben wahrscheinlich irgendwo registriert. Nö, Sie haben nicht registriert. Aber wie konnten wir Ihre Daten haben? Ja, habe ich ja gerade erzählt. Sie haben die illegal aufgekauft und, ja. Alles klar. Okay, Herr Stein, dann, ich habe das Gefühl, Sie haben kein Interesse. Ich werde diese Registrierung löschen. Ja, so machen das die Betrüger alle. Ganz genau. Super. Ja. Dann, schönen Abend möchte ich Ihnen noch. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Äh, spreche ich mit Herr Stein. Hört so aus. Hanna Mann, ich ist mein Name, Herr Stein. Mhm. Ich melde mich von Speicherkapital zu, ja, weil Sie auf unserer Webseite gewisse Interesse geäußert haben. Aha. Ja, ich habe Interesse geäußert. Bitte? Also, beim Elf. Ja, bitte. Haben Sie nicht, oder? So, freue mich nicht. Von welcher Seite denn? Haben Sie ja noch nicht beraten. Nein, weil ich möchte Sie nicht beraten, weil ich verstehe, dass Sie sehr gute Erkenntnisse in diesem Bereich haben. Stimmt, ja? Ja, von welcher Seite aus rufen Sie denn an? Können Sie bitte Lautsprecher ausschalten, damit Sie an, das verstehe ich nicht. Also, ich höre meine Stimme und das ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht Ihr Problem, aber feststellen Sie das oder nicht? Ja, aber warum geht es denn jetzt? Darum rufen Sie mich denn an? Weil Sie online auf unserer Webseite waren. Aha, wie heißt denn die Webseite? Ich melde mich von Speicherkapitalbank und unsere Webseite heißt Schwesterbank. Aber Sie waren auf Elite Club, auf unserer Webseite, haben Sie Interesse geäußert, haben Sie? Aha. Also, das stimmt, ja? Weiß ich nicht. Jetzt haben Sie vertaunt. Okay, Herr Stein, warum haben Sie Interesse auf den Finanzmarkt? Also, was ist Ihr Ziel? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Also, normalerweise alle möchten Geld verdienen. Sieht so aus. Dann weiß ich nicht, warum Sie die Frage noch stellen, wenn alle das Gleiche sagen. Herr Stein, also, über welche Produkte haben Sie Interesse? Sagen Sie mir ehrlich. Also, bei uns können Sie mit verschiedenen Produkten haben, mit Aktien, Rohstoffen, Forex, Krypto. Mit welchen Produkten interessieren Sie mich nicht mehr? Was habe ich davon? Wie bitte? Was habe ich davon? Zum Beispiel, wenn Sie mit Kryptowährungen gehandelt werden, das ist also immer mit Risiko verbunden, aber Sie können sehr gut profitieren. Das heißt, Sie handeln aggressiv, so zu sagen. Wenn Sie mit Forex handeln, ja? Also, das ist nicht so aggressiv, das ist ein bisschen gesichert, aber verdienen Sie nicht so sehr viel, aber trotzdem, Schritt für Schritt verdienen Sie sehr gut. Natürlich können Sie mit Aktien handeln, mit Indizien, aber wenn Sie bei uns Handeln anfangen, bekommen Sie von unserer Seite einen Finanzexperten zur Verfügung und er oder Sie erklärt Ihnen alles Schritt zu Schritt. Also, wir sind nicht nur Handeln, also wir sind nicht nur Handeln, also wir sind nicht nur Handeln, also wir sind nicht nur Handeln können, sondern auch Sie bekommen auch eine Ausbildung. Ja, weil, also für Sie ist wichtig, wenn unsere Kunde alles mit Kenntnis machen werden, weil ohne Kenntnis gibt es mehr Verluste, also Gewinner. Und alle beiden, wenn Sie ihr Profite aufkommen, ja, bekommt mein Unternehmer 1,7 Prozent. Also, sollen Sie mir, wie Sie sagen, oder? Ich höre Ihnen zu, dass man wissen soll, ich sage. Also, haben Sie, haben Sie Internetzugang? Ich habe Internetzugang, ja. Und Sie? Ich habe nicht. Sie haben keinen, okay. Okay, also jetzt diktiere ich unsere Webseite. Ja, okay, also. Okay, also. Ja, Sie haben auch sehr großen Hintergrund, aber trotzdem soll ich Ihnen alles klären. Ja, die Frage war, können Sie eigentlich auch eine Frage beantworten? Sehr netter Klingelton haben wir bei uns. Was? Sehr netter Klingelton meine ich. Also, wenn Sie anfangen, ja, wenn Sie auch diese Handelsplattform, Handel anfangen. Ja. Also, mit welcher Summe möchten Sie das? Also, wir haben zwei Testwochen, damit Sie uns ausprobieren können, mit unseren Dienstleistungen, mit uns, also, wie können Sie bei uns auszahlen, wie können Sie bei uns profitieren, und so weiter. Und wenn Sie nach zwei Wochen entscheiden, und finden, dass es für Sie interessant ist, dann können Sie weitermachen. Wenn nicht, also in diesen zwei Wochen haben Sie hier, also, zurückgarantiert, Sie verlieren gar nicht, weil Sie mir gesagt haben, dass Sie keine Kindheit haben, ja? Das habe ich nicht gesagt. Und wer garantiert... Haben Sie nicht gesagt? Nee. Wer garantiert, dass es auf unserer Webseite steht? Achso, und weil das da steht, ist das dann meine Garantie. Herr Stein, hallo, schönen guten Tag. Ja. Was ist los bei Ihnen? Weiß ich nicht, was ist denn bei Ihnen? Wo sind Sie gerade? Ich bin gerade im Flur. Okay. Herr Stein, Sie haben jetzt mit Hanna mal nicht telefoniert, ich bin von der technischen Abteilung. Von der technischen Abteilung? Ist was kaputt bei der Hanna? Wie bitte? Ist bei der Hanna was kaputt? Nein, also, diese Geräusche für Hanna waren ein bisschen stressig, also, sie ist alt aus sich. Herr Stein, wenn Sie Handel anfangen möchten, mit welcher Summe möchte ich das machen? Äh, 25 Euro. Zwei... Wie? 25. Nee, 25. Nein, nein, schauen Sie, Mindestenskapital ist auf der Finanzmarkt 250 Euro. Anfangen, also. Na, gerade haben Sie mich gefragt, mit wie viel ich anfangen möchte. Wie bitte? Gerade haben Sie mich noch gefragt, mit wie viel ich anfangen möchte. Ja, ich meine, ich erkläre es nicht. Also, Mindestenskapital ist... Sie zahlen auch gar nichts ein, also, sondern Sie verschieben. Das ist was anderes. Was ist so ein Unterschied zwischen verschieben und einzahlen? Einzahlen ist, wenn Sie zum Geschäft gehen und etwas kaufen. Und dann verlieren Sie Geld. Aber verschieben Sie ist was anderes. Das tauscht sich ja irgendwie was anderes um. Herr Stein. Ja. Interessenskapital ist bei uns 250 Euro. Damit können Sie Handel anfangen. Sie werden unsere offizielle Kunden. Und Sie bekommen auch Finanzdienstwert dazu als gratis. Automatische Stopp für Jahr auch gratis. Und zweiteste Woche. Nö, das ist mir zu teuer. Wie bitte? Das ist mir zu viel. Ich kann ja bei Binance, kann ich ja auch 25 Euro einzahlen. Nein, das ist ein Blotzen wirklich. Nein. Natürlich, habe ich doch erst gestern gemacht. Okay. Wenn Sie mit 25 Euro anfangen, wie viel verdienen Sie pro Tag? Eine Euro? Kann sein, ja. Aber man muss ja nicht immer gleich zu viel wollen. Klein erst mal anfangen. 250 Euro ist viel für Sie. Na, für wen sind denn 250 Euro nicht viel? Die muss man ja erst mal verdienen, oder nicht? Natürlich. Ich dachte, Sie haben recht. Ich meine, also Finanzmarktinstitut, Finanzinstitut, es funktioniert so schon lange Zeit, dass mindestens Kapital ist 250 Euro. Nee, das stimmt nicht. Das hat ja nichts mit dem Finanzmarkt zu tun. Doch, 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 doch. Nein, das ist nur... Also, Sie haben... Man kann ja bei Binance, kann man ja auch 25 Euro einzahlen. Äh, ich weiß, ich weiß. Ich arbeite schon in diesem Bereich vier Jahre. Also ich habe mehr Erfahrung als Sie, glauben Sie mir. Ach, das glaube ich nicht. Und ich... Wie bitte? Ich sage, das glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Nee. Dann erklären Sie mir. Ja, was soll ich Ihnen erklären? Was möchten Sie denn wissen? Aber ich glaube, wenn Sie bei Binance 25 Euro investiert haben, was möchten Sie jetzt von mir? Weiß ich nicht. Sie rufen mich doch an. Ich möchte von Ihnen eingestanden... Ja, ich rufe Sie an, weil Sie sind im globalen System als potenzielle Kunde auf dem Finanzmarkt. Aha. Ja? Sie sind registriert, Sie haben Interesse geäußert und Ihre Daten eingegeben. Deswegen habe ich Sie angerufen. Das ist meine Arbeit. Also Sie haben Ihre Vorname, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse gegeben auf unsere Werbung, weil Sie haben viele Werbungen. Das heißt, Sie werden automatisch Interesse geäußert, oder? Das ist ja eine interessante These. Ist es nicht interessant, für Sie? Ich finde das interessant, wie Sie das so sehen, ja. Nochmal bitte. Schon gut. Hier, Stein. Hm. Also machen wir es. Was denn? Wie bitte? Was denn? Also, wenn Sie unsere Kunden und machen, also gehen wir weiter, ja? Wenn Sie mir einen guten Rabatt anbieten, dann ja. Was meinen Sie? No, irgendwas unter 250 Euro. Ja, wenn Sie, wenn ich mir sage, Herr Stein, ja, Sie messen Sie den 100 Euro und Sie für den Handel anfangen, dann, das heißt, dass ich lüge. Und warum soll ich lügen? Ja, weil Sie sich einfach an den 100%-Bereich handeln, das zum Beispiel. So, mit 250 Euro kann ich so machen. Ich gebe Sie 50 Euro als Bonus. Dann können Sie mit 300 Euro anfangen. Und nach zwei Wochen, wenn Sie, wenn Sie etwas nicht gefallen, ja, trotzdem können Sie Ihre 300 Euro zurück auszahlen und verabschieden wir uns. Ja, dann habe ich noch einen anderen Vorschlag. Ich zahle 200 Euro ein und Sie geben mir 50 Euro dazu und dann sind wir doch bei den 250. Okay, dann frage ich nach, okay? Ja. Ein Moment. Hm. Ich warte auf Antwort und wenn wir das anfangen, ja, wo wollen Sie meine Profite bekommen, auf Visa oder auf Mastercard? Auf meinem Bankkonto. Also, Online-Banking. Hm. Okay, okay, bleiben Sie auf der Leitung. Hm. Hallo, Herr Stein. Ja, sind wir jetzt schon wieder. Ja. Also, Sie bekommen jetzt von Technischer Abteilung Bank Detail. Also, Sie heißen ja oder wie? Also, ich bin Konto-Managerin und Sie haben mit meinen Chefin von Technischer Abteilung gesprochen. Ja, und wer sind Sie jetzt? Also, für mich, bitte. Und wer sind Sie jetzt? Ich bin Hanam, Hanis, also Ihre Konto-Managerin sozusagen. Ach so. Ja, aber mit Ihnen will ich nicht sprechen. Sie hatten ja keinen Bock auf mich. Okay, dann werde ich bei Ihnen, also bei Sandrek, mit Vater leiten. Bitte, warten Sie einen Augenblick. Herr Stein, ich bin wieder da. Hm. So, ich habe per E-Mail die Bank Detail geschickt und ausnahmweise, normalerweise funktioniert das nicht, ich habe für Sie das gemacht, dass Sie mit 200 Euro anfangen und ich gebe Sie auch Bonus dazu. Alles klar? Also 250 denn. Ja, natürlich. Ja. Gut. Öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das denn geschickt? Äh, Steine-Art-Web-Punkte. Ah, okay. Hm, ja, dann... Ja, ich bin da. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ich bin da. Ja. Ja. Was soll ich denn fragen? Ach so. Da gibt es denn keine Antwort. Schaffen Sie sich bloß keine Edelstahltürklinken an, die sind furchtbar. Wie bitte? Ich sage, schaffen Sie sich bloß keine Edelstahltürklinken an, die sind furchtbar. Ja, es ist von Ihnen. Hm. So, haben Sie die E-Mail schon verschickt? Genau. Ja. Also soll ich da mal gucken? Ja, bitte. Was steht da drin? Die Bahn-Details von uns. Ach so. Wo Sie können Sie überweisen sollen. Hm. 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 Hallo? Ja. Herr Stein? Hm. Herr Stein, sind Sie da? Ja. Ja, was denn? Nein, ich habe nur gefragt, ob Sie da sind. Ja. Und ich habe geantwortet. Okay. Hm. Gut. Good. Hallo? Ja bitte? Ja? Und, haben Sie es gesehen? Was denn? E-Mail, E-Mail. Was denn für eine E-Mail? Wie bitte? Was meinen Sie denn? Wie Sie mir gesagt haben, ich habe Sie unsere Bankdetails geschickt. Achso. Ja. Und nun? Doch. Was denn jetzt? Sie haben mir gesagt, Herr Stein, dass Sie mit 200 Euro anfangen möchten. Ja genau. Und ich habe das nachgefragt. Ja. Für Sie ausnahmeweise habe ich das geschafft. Ja. Und ich habe Bankdetails geschickt. Und wenn Sie mit Online-Banking überweisen tätigen, schicken Sie mir per E-Mail auf gleiche E-Mail Zahlungsnachweisen. Warum? Nicht alles. Dass wir damit wissen, dass Sie das wirklich gemacht haben. Na, das sehen Sie doch, wenn das Geld eingegangen ist, oder nicht? Ja, aber es dauert drei Tage. Und wir möchten das morgen anfangen. Warum sollen wir Zeit verpassen? Ich konnte drei Tage jetzt auch warten, dass es nicht weiter stimmt. Ja, das ist auch kein Problem. Aber warum ist es schwer für Sie, dass Sie einen Screenshot machen oder ein Foto machen? Dann schicken Sie einfach. Finde ich komisch. Wollen die anderen ja auch nicht. Na? Also wenn ich bei Binance etwas überweise, dann wollen die keinen Screenshot. Binance ist etwas anderes. Wissen Sie, was ich meine? Nö. Binance... Ja, ich weiß. Ich habe bei Binance auch gearbeitet. Ach so. Binance ist etwas anderes. Ja, ja. Und schauen Sie. Schauen Sie. Sie meinen Binance ist ein seriöses Unternehmen und Sie sind Betrüger? Ich bin Betrüger? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Binance ist ein seriöses Unternehmen und Ihre Firma sind Betrüger. Ja, also Sie persönlich eigentlich dann auch, ja. Ja, Sie müssen das bestätigen. Ja, das bestätige ich hiermit, dass Sie Betrüger sind. Wie machen Sie das? Sagen Sie mir. Ja, Sie sind Betrüger. Ja, Sie sagen, dass ich Betrüger bin, aber bestätigen Sie es. Ja, hiermit bestätige ich das, dass Sie Betrüger sind. Ja, Sie können alles sagen, aber wenn Sie sich nicht sicher sind... Ja doch, bin mir da relativ sicher. Dafür werden Sie sich bestrafen. Ja, das können Sie mal versuchen, ja. Versuchen Sie das mal. Ja. Dann habe ich die Adresse und dann kann ich die Betrüger anstellen. Ich weiß Ihre Adresse, ich weiß Ihre Vorname, Nachname, Telefonnummer und alles. Ja, wie heiß ich denn? Wie heiß ich denn? Es ist mir scheißegal. Ach, ich dachte, Sie haben die Daten da, ich glaube nicht. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Sie müssen nach Hause gehen. Betrügen, weiter betrügen oder was meinen Sie? Ja, solche Leute wie Sie sind, ja, müssen betrügen werden. Ja, aber das schaffen Sie ja nicht. Letztendlich hören Sie sich ja damit nur auf YouTube, aber Sie haben damit keinen Betrug fertig gekriegt. Tschüss. Hallo? Kuckuck. Hallo, Herr Thaler. Ja? Ja, einen schönen guten Tag. Anne Riemann ist am Apparat, Herr Thaler. Aha, nicht Gabi Winter? Äh, Anne Riemann, ja, so vom Digiflex, vom automatischen Handelssystem, sehe ich mich bei Ihnen. Und wie heißt es Digiflex? Digiflex, eine Plattform. Ach, eine DJ-Plattform. Ja, genau. Das ist Bitcoin-Software, automatisches Handelssystem, wo Sie registriert sind schon. Ja. Passt auf jeden Fall mal zur Musik im Hintergrund, ja? Nein. Doch. Eine Musik, ja, es ist immer bei uns eigentlich, weil hier sind wir also viele Mitarbeiter und jeder spricht mit den einzelnen Kunden. Deswegen, dass es kein Missverständnis entsteht. Mein Gespräch, deswegen ist es eine Musik bei uns, ja? Das ist gelogen, das ist eine dumme Ausrede. Warum bitte? Ja, wenn man das nicht macht, wenn man eine anständige Firma ist, dann hat man keine Musik im Hintergrund an. Doch, natürlich. Nein, erzähl nicht so einen Scheiß. Herr Thaler. Herr Thaler. Ja. Schauen Sie bitte. Ich habe schon gesagt. Wohin? Aus dem Fenster warten Sie. Ich guck mal. Ich guck mal, was draußen so los ist. Herr Thaler, aber denken Sie, also Musik stört es uns zwischen, also Gespräch? Ja. Das ist schon nervig. Macht man so nicht. Eine seriöse Firma hat keine Musik im Hintergrund an. Herr Thaler. Eigentlich, solche Arbeit, wo wir sind, das ist doch sehr anstrengende Arbeit eigentlich. Ja, es ist nicht so leicht. Ja, da gibt es keine Ausrede für. Seriöse Firmen haben keine Musik im Hintergrund an. Das gibt es einfach keine Ausrede für. Das bleibt dabei. Seriöse Firmen haben keine Musik im Hintergrund. Alle. Oh mein Gott, Herr Thaler, Sie haben eigentlich... Herr Thaler, wenn Sie möchten, ich werde das einfach ausmachen. Aber das ist immer so eigentlich. Dann machen Sie mal aus. Wie gesagt, nicht diskutieren, ausmachen. Herr Thaler, hören Sie jetzt besser, ja? Wer ist da bitte? Jetzt ist besser geworden, ja? Wer ist da bitte? Hier spricht Ines Geyer, sozusagen Abteilungsleiterin von Dedeflex, Herr Thaler. Mhm. Sie haben gerade mit meinen Kollegen gesprochen. Es ist sehr wichtig eigentlich, wir wollten für Sie nur sozusagen weiter unterstützen. Verstehen Sie? Nö. Verstehen Sie nicht? Nö. Sie sind aber auf unserer Bewerbungsplattform registriert, wollte ich Sie Geld zu verdienen, oder? Nö. Ich bin auf betrügerischen Plattformen registriert, um die alle bei YouTube vorzuführen, so wie Euch jetzt gerade hier. Nein, nein. Ich weiß nicht, was passiert genau seit dann. Einfach Sie haben unsere Anrufe nicht geantwortet und gerade hat sich dem noch einmal automatisch ausgewählt, ja? Ihre Telefonnummer. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel Konto nicht aktivieren, dann leider so nicht mehr Daten lösen und damit können Sie nicht mehr an der Börse einzusteigen. Nö. Ich habe nur, ich habe nur kurze Frage, ja, Thaler. Äh, aus welchem Grund haben Sie kein Konto aktiviert? Zum Beispiel haben Sie nicht, äh, für zwei Wochen Probezeit? Ja, habe ich doch gesagt, weil die Firma scheiße ist. Weil, kennen Sie schon unsere Unternehmen? Ja. Und, wo haben Sie Scheiße gesehen? Na, auf der Webseite. Sagen Sie mir bitte Einzige, weil Ihre Meinung sehr wichtig ist für uns, ja? Das glaube ich aber nicht. Hahaha. Du machst dich so zum Klopf. Jetzt sind wir nicht im Kindergarten. Doch, sind wir hier gerade, weil du bist einfach nur eine Betrüger, die die Leute abzockt. Das ist eine große Beleidigung für mich, Thaler. Nein, das ist mir egal, ob es für dich eine... Ihre Daten. Ja. Ja, mach das, Scheißbetrüger. Mach das. Ja? Mach das, Abzocker-Lady. Haben Sie überhaupt, äh, irgendwie können Sie normal sprechen? Nö. Also ich rede, ich rede so, wie es für Abzocker eigentlich, äh, sich gehört. Und warum sind Sie bei uns registriert, wenn Sie Abzocker sind? Na, habe ich doch schon erzählt. Damit ich euch auf YouTube vorführen kann und die Leute sich alle selbst ein Bild machen können. Und das funktioniert wunderbar. Ja, ihr zeigt allen Leuten von ganz alleine, wie ihr drauf seid. Sie haben gar nichts zu tun. Sie sitzen an der Börse oder keine Ahnung. Nein, ihr sitzt nicht an der Börse. Ihr sitzt in einem dreckigen Callcenter. Sie werden immer nach zusätzlichen... Ja, ja. Abzocker-Lady. Mach mal einen Schnabel zu. Ihr sitzt in einem dreckigen Callcenter und verarscht die Leute. Mehr macht ihr nicht. Ihre Mutter, ja? Ja. Ihre Mutter. Nee, aber du bist... Das stimmt so. Auf jeden Fall, ja. Hallo, schönen guten Tag, der Herr Kühn hier von der MIG. Ich spreche ja mit dem Herrn Gerold Steiner. Ja, wer sind Sie? Ich bin der Herr Kühn, Herr Steiner. Wir haben Ihnen ja damals versprochen, dass wir uns sofort bei Ihnen melden. Wenn wir Ihre Energiekosten senken können, da haben wir jetzt das grüne Licht bekommen für Sie. Ich hoffe, was mein Gesicht ist soweit. Wann ist denn damals? Äh, damals ist der 27.06.2021. Um 20.13 Uhr haben Sie einen Tarifcheck gemacht. Und diesbezüglich verhält man es halt bei Ihnen. Kann gar nicht sein, weil die Telefonnummer existiert erst ab Monat 9. Okay, ab Monat 9. Okay, trotzdem wurde auf jeden Fall einen Tarifcheck gemacht, Herr Steiner. Und auf jeden Fall diese Daten angegeben. Und zwar vor knapp drei Monaten. Deswegen kann ich Ihnen nur das sagen, was gemacht wurde, Herr Steiner. Und ich bin auf jeden Fall deswegen auch nochmal für Sie in der Leitung. Sind Sie denn gerade auch zu Hause? Ja. Oder stößt Sie unterwegs? Nö, ich bin zu Hause. Ist auch immer noch die Braunschweigerstraße 77, ja? Hm. Perfekt. Ist denn der Stromverbrauch bei Ihnen auch gleich geblieben? Oder haben Sie dann Whirlpool gegönnt und mehr verbraucht? Ja. Also ist er gleich geblieben, ja? Ne, wir haben den ersten Whirlpool eingebaut. Sie haben den ersten Whirlpool eingebaut, perfekt. Und dann hat er natürlich auch mehr verbraucht. Was zahlen Sie denn gerade aktuell monatlich? Ich glaube 170 Euro oder so. Hm, da muss ich mal gucken. 170 Euro nur für Strom oder auch für Gas? Nö, nur Strom. Okay, dann schaue ich mal kurz nach. So. Äh, nutzen Sie denn auch Gas oder war bei Ihnen nur Strom? Nö, ich hab nur Strom. Okay, dann schaue ich natürlich mal sofort nach. Für die Heizung haben wir das Heimwärme. Ja, 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 richtig so. Ist auch günstiger. Ist auch günstiger. Schaue ich mal kurz nach. Ah, gucken Sie mal an der Stelle. Der optimalste Spartarif in der Region wäre der Spartarif von der Q-Sales. Ist natürlich auch Deutschlands mit der beste Stromanbieter. Da wird nämlich nochmal der Arbeitspreis, was Sie pro Kilowatt zahlen, um ganze 3,45 Cent gesenkt. Und die monatliche Grundgebühr auch nochmal um 3,75 Euro. Das wird dann mit Ihrem Stromverbrauch. Ich bin aber jetzt mit 500 Kilowatt mehr ausgegangen. Im Monat müssen wir noch einen Abschlag machen. Eine Sekunde. Wie viel Kilowatt haben Sie denn da jetzt? Warten Sie, sag ich Ihnen sofort. Ich muss kurz die Seite öffnen. So, ja, knapp 8. 8 Kilowatt. 8.008. 8 Kilowatter Steiner. Das ist ein bisschen viel. Also wir haben 6,5. Wir haben 6,5. Ja. Und Sie zahlen dafür 170 Euro? Ja, so bummelig ungefähr, ja. Okay, warten Sie mal. Ich schau euch mal kurz nach. Nee, 156,94 im Monat. Ah, okay, okay. Für die Rechnung. Ja, warten Sie. Ich schau mal kurz nach. Okay, und sind Sie auch ganz sicher, dass Sie nur so viel verbraucht haben? Naja, wie viel ich jetzt verbraucht habe, habe ich noch nicht geguckt. Das machen wir mal so einen Monat vorher und dann wissen wir schon, was kommt. Ja, genau. Wird ja von Jahr zu eigentlich wenig verändern. Außer es sei denn, man körft sich wie Sie jetzt den Whirlpool. Dann brauchen Sie natürlich mehr. Ja, wie lange haben Sie denn schon? Den Whirlpool haben wir jetzt? Vier Monate erst. Vier Monate. Okay, wir werden Sie auf jeden Fall mehr verbrauchen. Dann gehe ich mal von 500 Kilowatt mehr aus. Mhm. 5,69 Euro und 78 Cent brutto. Da wird nämlich der Arbeitspreis um 2,24 Cent gesenkt und die Grundgebühr um 3,75 Euro. Obendrauf bekommt natürlich auch noch mal eine Vertragsaufzeit von 24 Monaten, sogar noch mal eine Energiepreisgarantie bis Mitte 2023. Die Konditionen bleiben natürlich auch die Geltmeisterin. Also Sie haben keine Voraussahlungen, keine Kautzonen, keine Umstellungskosten, keine Anmeldegebühren und kriegen sogar oben drauf nochmal eine Vertragsaufzeit abgesichert von ganzen 24 Monaten, sodass Sie die nächsten 2 Jahre auch erstmal wieder die Ruhe haben. Klingt doch super, oder? Und wie viel kostet das denn im Monat? 147 Euro und 48 Cent brutto. Aber wie gesagt, ich bin mit 500 Kilowatt mehr ausgegangen, ne Herr Steiner. Weil wichtig ist jetzt auch, dass Sie am Jahresende Geld zurückbekommen, weil der Whirlpool frisst auf jeden Fall auch viel. Wenn es jetzt ohne, also mit Ihrem Verbrauch einstufen würde, warten Sie, sagen Sie sofort, dann wären das 132 Euro und 47 Cent. Also ohne die 500 extra. Und das sind denn Voraussahlungen oder? Also Herr Steiner, um Gottes willen, Sie haben keine Voraussahlungen, keine Kautzonen, keine Umstellungskosten, keine Anmeldegebühren, ist komplett kostenlos für Sie. Für Sie würde ich im Prinzip nichts ändern, was gerade ist, nur der Name auf der Rechnung und dass Sie weniger bezahlen werden. Genau. In Ablaub kennen Sie, Herr Steiner, sind wir damals gewechselt, Sie bekommen das Ganze sowieso erstmal schriftlich von mir. Zuhause bitte nochmal Schwarzverweiß prüfen, vergleichen. Sollen Sie dann Schwarzverweiß sehen, wunderbar, ich spare Sie gutes Geld ein, verbrauche es ein bisschen höher, habe oben da auch noch eine Preisgarantie bekommen, helfen Sie es ab, alles Weitere ist Kundenservice pur. Das heißt, wir kündigen Sie, wir stellen sich selbstmöglich auf den neuen Spartarif um. Sollten Sie aber zuhause aus irgendwelchen Gründen sagen, nein, ich spare mich jetzt doch nicht. Wir haben im Lotto gewonnen. Ich drücke Ihnen natürlich die Daumen, dann brauchen wir natürlich kein Geld mehr im Strombereich. Sie können natürlich selbstständig nochmal ohne Angaben von Gründer von Abstand nehmen, ja? So, wie heißt der aktuelle Anbieter Steiner? Das habe ich schon zugemacht, einen Moment. Ja. Wartenfall. Wartenfall, gucken Sie bitte auf der zweiten Seite, bei Ihnen auf der Jahresabrechung, da steht die Stromzähler nochmal drauf, die benötige ich einmal. In dieser Verbrauchertabelle, die müsste bei der Wartenfall auf der zweiten Seite sein. Verbrauchdaten, da wird sowas bestimmt bei sein. Genau. Und wie lang ist die Nummer? Äh, die ist schon, das sind schon ein paar Zahlen, können auch anfangen, so zwei, drei Buchstaben sein. Da müsste meistens die Zähler Nummer beistehen, also vorstehen, oder Zähler NR. Ja. Da habe ich eine, da steht Zähler und eine komische kleine Eins. Ja. Und dann, hopps, jetzt ist mir die Seite zugefallen, und dann steht da einfach nur eine Nummer. Dann sagen Sie mal. Ja. Das ist dann die, äh, 64. Äh, aber die Eins, gehört die doch mit zu den Zahlen, oder? Nö, das ist so ein, so ein, so eine Hoch Eins. Ah, okay, dann sagen Sie mal, äh, 64. Ja, die 64, dann die, äh, 39. Ja. Dann die, äh, 02. Ja. Und die 44. Und die 44, dann wird das schon die richtige sein. Äh, jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Jetzt habe ich eigentlich auch so gut wie alles. Jetzt werde ich nochmal für Sie die wichtigsten Eckpunkte wiederholen. Sie dürfen mich auch gerne unterbrechen, wenn Sie Fragen haben sollten, ja? Mhm. Also Sie haben natürlich keine Vorauszahlungen, Herr Steiner. Keine Umstellungskosten, keine Anmeldegebühren. Ist komplett kostenlos für Sie. Kriegen oben drauf eine neue Vertragslaufzeit ab dem Lieferbeginn von 9,24 Monaten. Auch natürlich die Preisgarantie. Ähm, kriegen von uns natürlich, äh, den Kundenservice vor. Das bedeutet, wir kündigen Sie. Wir stellen die Stellen durch auf den neuen Sparsarif um. Ihre einzige Aufgabe ist, zu Hause alles zu prüfen und zu vergleichen. Sollte alles so stimmen, einfach nur noch gut abheften, alles Weitere machen. Wir, sollte Ihnen einen Punkt oder Komma nicht gefallen, haben Sie natürlich abbehalten, aber 14 Tage Zeit, also, äh, 14 Tage Widerrufsfrist. Das heißt, Sie können ohne Angaben von Gründen davon Abstand nehmen, ja? Mhm. So. Ähm, jetzt Herr Steiner, habe ich noch eine kurze Frage, warten Sie. Ich habe hier die E-Mail, also, ich brauche eine E-Mail-Adresse von Ihnen, Herr Steiner. Hm, nö, habe ich nicht. Sie haben keine E-Mail? Na doch, aber die nutze ich nicht. Äh, okay, die nutzen Sie nicht. Äh, okay, die nutzen Sie nicht, also, ich wollte alles per e-Mail-Adresse haben, ja? Okay, da muss ich mal kurz nachschauen, ähm, trage ich jetzt mal eine Post ein, äh, eine Post ein, ähm, ich brauche trotzdem ihre E-Mail-Adresse, Herr Steiner, weil ich muss hier in dem Feld was eintragen und kann ich nicht weiterklicken. Ich habe es per Post eingetragen, Sie bekommen es auch per Post, aber immer muss ich trotzdem eintragen. So, dann lenken Sie sich einer aus. Okay, so, dann gehen wir einfach ein, Geroltsch,teiner, Gmx.de, ja? Ja. Okay, so, dann, ähm, machen wir das eine Sekunde, so, 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 dann hab ich alles, ähm, kurz bitte die 10 noch mal parat halten, ich muss mal kurz eine kleine sicherheitsbandaufnahme machen zu ihrer sicherheit da werde ich noch mal alles wiederholen preise anschrift meinen namen ihren namen dass sie erst mal schriftlich nach hause bekommen 14 tage prüfen wenn es nicht gefällt auch ohne ahnung davon abstand nehmen können und am ende frage ich auch noch mal ob ich mich noch mal bei ihnen melden darf wenn ich etwas günstiges habe dann sind einverstanden ja jetzt nicht wundern ich muss in der bandaufnahme auch noch mal ist also vorgesehen ich kann es nicht ändern herr steiner ich musste der bandaufnahme auch noch mal von die zähler noch mal abfragen deswegen schreiben wir nicht noch mal ganz kurz auf und heißen sie kurz bereit und ich muss die e mail auch noch mal abfragen ich frage rechnung 1 8 berechnung ein sage ich per post ein aber die bandaufnahme muss ich so machen wie die ist fragen sich warum herr gerold dann fahre sagen sie einfach gerold punkt steiner tmx.de ja perfekt anfangen zu vorhanden wenn sie was nicht verstanden an der steiner oder fragen haben fragen sie bitte sofort ja ok herr gerold steiner die trommelaufnahme ist jetzt eingeschaltet diese aufnahme ist für sie eine garantie dass alle angaben wichtig sind und korrekt verwendet werden sollte ich mit der frage zum vertrag geben können wir auf diese aufzeichnung zurückgreifen sind sie damit einverstanden ja habe ich eingeschaltet sind sie damit auch einverstanden ja natürlich bin ich damit auch einverstanden ok ok herr gerold steiner mein name ist es die kühlen können sie die rufen auf dem display kann oder welcher ist die anrufe wir haben eine handynummer 0 152 warum rufen wir mit der handynummer an das ist die systemnummer herr steiner wir haben vom system einen rufnummer sie bekommen gleich sowieso noch mal direkt durchfall durch und meinen namen damit sie sich auch direkt bei mir melden können und nicht doch und der leitung oder bei irgendwelchen anderen kollegen landen ja dann mache ich kurz weiter co energie ist ein angebot der anwar kurset gehen wir aus bitter fett wolfen wenn sie damit einverstanden sind wenn ich zum weiteren bespielen auch kurz co energie ich habe meine frage warum warum existierten ihre handynummer nicht mit der sie mich anrufen das ist eine systemnummer also eine gespoofte wie bitte eine gespoofte was ist das wenn ich fragen darf das spoofing ist wenn man die rufnummer einfach verändert und dann nicht die anzeigt mit der mann anruft sondern sich eine ausdenken also das kann ich nicht sagen wie gesagt wir arbeiten mit dem system und die systemnummer wird uns angezeigt wir haben damit im system nichts zu tun die haben wir von unserem chef bekommen also wir telefonieren über das system und wir haben jeder eine eigene rufnummer wo man sich für das persönlich darauf wählen kann können da gerne mal eintragen 0 208 wissen sie wo sie hier eigentlich anrufen nein ich arbeite bei der verbraucherschutzzentrale und ich habe ihnen keine werbe keine werbeerlaubnis erteilt und mit einer gespooften rufnummer anzurufen ist illegal in deutschland moment mal moment mal also erst mal herr steiner ich habe die band auf meiner weise ich lass sie extra weiterlaufen für sie erst mal haben sie können sie gerne machen erst dann ist ja kein problem weil ich bin auf der rechten seite sie haben einen tariff hier gemacht haben angeht dass wir uns telefonisch bellen soll ich immer noch was sagen der herr steiner ist ein ausgedachter charakter für ja letztendlich für meinen job ja perfekt wunderbar und sie rufen sie rufen hier gerade illegal an okay dann eine sache noch für sie weil sie nicht der steiner sind ist nämlich strafbar wenn sie eigentlich egal das stelle ich auf youtube das können sie gerne auf youtube stellen wollen doch mal warten schreiben sich meine rufnummer auch noch mit auf ja also 0 2 3 0 0 7 3 0 0 7 ok sie können auch gott sei dank also können froh sein dass wir in einem kostenlosen tariff check teilgenommen haben soll ich ihnen mal was sagen die rufnummer die sie mir gerade gesagt haben die existiert auch nicht natürlich existiert die also entschuldigung dann müssen sie mich schon richtig zuhören soll ich die nummer noch mal wieder die 0 2 0 8 3 0 0 die rufnummer existiert sehr wohl warten sie ich mach mal auf lautsprecher und dann wählen wir mal die rufnummer an das ist ja nicht das problem diese rufnummer ist ungültig die existiert nicht okay da haben sie mir jetzt was gesagt warten sie mal ich versuche das auch mal von mir das ist ja komisch das sind jetzt schon drei beweise dass sie ein illegales callcenter sind naja doch aber sie wissen schon dass sie sich mehr in deutschland wenn sie in einem betrüger callcenter arbeiten selbst wegen banden mäßigen betrugs strafbar machen und sie wissen dass sie da gerade komplett unsich quatsch reden also wir haben unser unternehmen leute schreibt mal in die kommentare was haltet ihr von diesen tollen unternehmen den namen von den mitarbeiter habt ihr ja ganz am anfang gehört das könnt ihr mir auch noch ihre namen nennen bitte ja steht ja da im system also wie ihr name haben sie jetzt nein entschuldigung von mir aus schicken jetzt bei whatsapp ein foto von meinem ausweis also ich weiß nicht was sie gerade haben vielleicht sind sie heute morgen mit dem falschen fuß aufgestanden ne ich stehe nicht mit dem falschen fuß auf mein job ist mein job ist es jeden tag auf youtube ein neues video hochzuladen und du hast gerade wieder ein neues material geliefert moment mal wir haben mich an einem tisch gesetzen dass sie mich duzen können ok joh sie haben mich zu sitzen erst mal das zweitens betrüger sie sieht sich nicht sie haben nicht die erlaubnis dann zeig mich an und dann habe ich deine daten und dann kann ich dich persönlich anzeigen schreiben sie meinen namen auf wir sind ich glaube die betrüger schreien immer alle am telefon nee weil so menschen wie ihnen entschuldigung also aber entschuldigung sie wenn sie von der verbraucherzentrale arbeiten dürfen sie sowas gar nicht machen das ist mir egal die arbeiten nicht bei der verbraucherzentrale ja es sollen aber alle Menschen sehen was du für ein scheiß job machst die leute betrügen noch mal wer sind sie dass sie mich duzen sie haben mich zu sitzen ok jo du bist ein scheiß betrüger und männlich und genau so verhält sich jeder betrüger das ist immer das gleiche immer das gleiche thema das gute ist wir sind statt mehrere Minuten in der leitung Herr Schleiner mal guck was darauf auf sie zukommt Na, das werden wir sehen. Mach doch, dann habe ich deine Daten und dann kann ich das Ganze unternehmen verklagen. Ist doch gut? Ja, das ist doch gut. Können Sie gerne machen. Wir bleiben noch ein bisschen länger im Minus, weil pro Minute gibt es einen guten Weg, damit Sie Bescheid wissen. Ja, das ist nicht schlimm. Wir sind ja schon bei 16, 22, können wir auf jeden Fall schon ein eigenes Video draus machen. Müssen wir keine Schnipselparty hochladen. Das ist perfekt, doch wunderbar. Ja, und ihr dürft nicht anrufen bei mir. Natürlich dürfen wir. Nein, das Gute ist, wir haben das Gesetz hinter uns. Lieber Herr Steiner, wir haben einen Tarifcheck, das werden wir sehen. Was habt ihr denn für ein Gesetz hinter euch? Na, wie heißt denn das Gesetz? Um Gottes Willen, wir das Gesetz, das ansatzend, was Sie anscheinend nicht kennen. Entschuldigung. Na, und wie heißt es denn? Sie doch scheinbar auch nicht, oder nicht? Dann sagen Sie mir doch das Gesetz. Das sage ich Ihnen doch gerne jetzt, das können Sie sich dann selber ausmalen. Sie haben einen Tarifcheck online gemacht. Hab ich nicht? Die ganzen Daten von einem Tarifcheck. Ja, gekauft. Die Daten sind gekauft illegal, ja. Auch wenn man das, man kann keine illegalen Daten kaufen. Doch, kann man. Dann würden wir uns nicht machen. Natürlich, hier rufen jeden Tag 40 Leute an, die mich betrügen wollen am Telefon. Und das ist, die Leitung ist nur genau deswegen eingerichtet. Nur deswegen existiert diese Telefonnummer. Aber wissen Sie, was das Lustige ist? Ich mach das ja nicht erst seit gestern hier. Ich hab meine Ausbildung hier gemacht. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Schämst du dich überhaupt nicht, vor deiner Familie so'n Job zu machen? Nochmal, nochmal. Also, ich helfe den Leuten in Deutschland beim Geld sparen. Ihr Geld loszuwerden, nicht Geld zu sparen. Das ist Blödsinn. Ich weiß nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Ob Sie vielleicht mal vom Zug erfasst wurden oder mit dem Kopf durch die Wand gelaufen sind. Genau so reden, liebe Trüger. Und so ist anscheinend eigentlich ein Vieh gelaufen bei Ihnen. Nein, nein. So reden Leute wie Sie. Sie sagen, die von der Verbraucher-Schutzzentrale sind und mich die ganze Zeit dusen und sonst was. Wenn Sie von der Verbraucher-Schutzzentrale wären, wäre das Gespräch ganz anders abgelaufen. Aber Sie sind einfach anscheinend nur auf den Kopf gefallen. Und ich würde Ihnen, wie gesagt, auch gar nicht helfen beim Geld sparen oder sonst was. Für mich ist die Sache hier gegessen. Aber Ihre Daten werde ich auf jeden Fall weiterleiten und auch nochmal aufspeichern. Das können Sie ja machen. Ja, machen Sie auf jeden Fall auch. So, haben Sie noch irgendwelche Anwünsche liegen? Weil das Gespräch ist schon lang genug. Reicht mehr, brauche ich von Ihnen auch nicht. Ach, ich dachte, es gibt da Geld für pro Minute. Ja, natürlich gibt es das Geld. Ja, auf YouTube auch. Umso länger das Video ist, umso besser, umso mehr kriegt man Provision von YouTube. Provisioner ist das also bei Ihnen, ja? Ja. Natürlich, ich verdiene ja mein Geld mit Werbeeinnahmen. Das ist legal. Dein Job ist nicht legal. Werbeeinnahmen? Jo. Mein Job ist nicht legal. Entschuldigung, ich weiß echt nicht, was bei Ihnen Sache ist, aber mit so Menschen, mit Ihnen will ich gar nicht weiter kommunizieren. Aber ein Tipp für Sie in der Zukunft. Ist Ihnen das gar nicht peinlich, vor Ihrer Familie so einen Job zu machen? Ist Ihnen das nicht peinlich, so über andere Jobs zu reden? Nee, überhaupt gar nicht, weil die Leute feiern es in den Kommentaren. Also, dann googeln Sie doch mal bitte die MIG24. Also, wir brauchen uns ja da gar nicht weiter drüber unterhalten. Erstmal rufst du mich mit einer Handynummer an. Und die Handynummer ist gar nicht rückrufbar, also gespooft. Dann erzählst du mir eine Kundenservice-Hotline, die gar nicht existiert. Das ist doch kompletter Blödsinn. Entschuldigung, also wie gesagt, ich habe diese Nummer selber bekommen. Ja, und noch nie ausprobiert, ne? Nein, noch nie ausprobiert. Genau, man ruft sich ja auch selbst selber an. Und dann rufen sich dann, okay, Ihnen würde ich das zurückkommen, dass Sie sich versuchen, selber anzurufen. So, wie Sie die ganze Zeit reden. Ich habe schon erst das probiert, ob die Leitung hier auch gut funktioniert, ob das mit der Aufzeichnung alles klappt. Das muss man ja auch auspisten. Aber wie gesagt, das sind doch schon mal zwei handfeste Indizien, dass die beiden Telefonnummern nicht funktionieren. Und das beste Indiz ist, dass die Rufnummer hier noch gar nicht so lange existiert, wie das da auf deinem Scheißzettel steht. Moment, Moment. So, eine Sache jetzt, ganz klar. Wenn Sie vom Verbraucherschutzzentrale sind, dann will ich jetzt Ihren Namen haben, damit ich bei der Verbraucherschutzzentrale mal anrufen kann. Das steht doch da im System. Können Sie doch eingeben, die kennen mich dort. Okay, dann bleiben Sie mal kurz dran. Ich rufe jetzt bei der Verbraucherschutzzentrale an. Bleiben Sie mal dran. Alles klar. Jo. Sie werden das Gespräch sogar mitteln. Verbraucherschutzzentrale NRW. Sie werden das Gespräch jetzt mitverfolgen. Hab ja nicht gesagt, dass ich in NRW in der Verbraucherschutzzentrale sitze, sondern in Berlin. Oh, echt? Um Gottes Willen. Da haben wir schon wieder so eine dumme, idiotische Aussage. Die Verbraucherschutzzentrale, ob die NRW ist oder der sitzt in Berlin ist oder der sitzt in Hamburg ist. Das ist eine Zentrale. Nein, jedes Bundesland hat eine eigene. Das ist wie mit der Sparkasse. Das ist wie mit jedem anderen Großkonzern. Genau. Aber trotzdem, wenn Sie bei der Sparkasse in Berlin sind, töten Sie trotzdem mich als Kunde, weil ich in Piersen einsitze habe. Als Kunde ja, aber die Mitarbeiter nicht, weil die Mitarbeiter sind nur im jeweiligen Unternehmen registriert. Nein, das ist ja Blödsinn. Na gut, ich habe ja jetzt gesagt, du kannst auf der Berliner Nummer von der Verbraucherschutzzentrale anrufen. Da kannst du meinen Namen erfragen. Okay, aber Entschuldigung, also Sie reden hier so ein Unsinn. Naja, der Unsinn, der kommt ja von dir, weil letztendlich gibst du mir Telefonnummern, die nicht funktionieren. So, und jetzt lässt du mich mal aussprechen. Und dann habe ich dir gleich zu Beginn des Gesprächs erzählt, dass ich die Telefonnummer noch gar nicht so lange habe, wie du es behauptest. Also es ist ja absoluter Quatsch. Also nochmal, also Entschuldigung, ich kann Ihnen nur das sagen, was hier gemacht wurde. Ich habe mir die Mitteilung und diese Nummer vorhin angegeben. Ja, es heißt aber noch lange nicht, dass es legal ist, was ihr da macht. Äh, natürlich, wenn Sie einen Tarifcheck machen. Ich habe ich ja nicht gemacht. Natürlich, sonst hätten Sie Ihre Daten doch nicht. Na, dann, dann sag mir die IP-Adresse. Ich kann Ihnen, was für eine IP-Adresse. Ja, über welche IP-Adresse dieser Check gemacht wurde, dann lässt sich es ja verfolgen. Über welche IP-Adresse dieser, Entschuldigung. Ja, das muss man in Deutschland mitschreiben. Eine IP-Adresse. Ja. Ich kann Ihnen die Kunden-ID gerne durchgeben. Nee, die ist egal. Es geht ja darum, über wen diese Anmeldung erfolgt ist. Und es ist nicht über mich erfolgt. Okay, aber Sie wissen, was eine IP-Adresse macht. Richtig, eine IP-Adresse ist die Identifikationsnummer vom Router. Das ist die eigene Adresse. Und zwar auch nur für 24 Stunden in Deutschland. Also, ich bitte Sie wirklich. Echt, also, ich bitte Sie wirklich. Also, Sie haben komplett falsches Wissen, falsches Denken. Sie sind komplett, also alles, was Sie da sagen, ist kompletter Blödsinn. Deswegen wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erst mal viel Erfolg in der Zukunft. Das wünsche ich Ihnen auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass Sie noch weiter so viele Kunden wie mich am Telefon bekommen. Warum? Wie gesagt, ich werde auf Stunde bezahlt. Ich stelle so viele Kunden am Tag um und ich habe so exzente Kundenrückmeldungen. Ja, das ist Quatsch. Bei euch meldet sich kein Kunde zurück. Das ist ja Blödsinn. Man kann euch nicht mal zurückrufen. Ach, mein Gott. Wenn die Nummer, die du mir gibst, ist auch nur fake. Das ist doch lächerlich, was ihr da macht. Das ist doch peinlich. Da traust du dich überhaupt noch unter die Augen deiner Familie? Das ist doch widerlich, Menschen am Telefon zu verarschen. Ihr kauft illegal Daten ein und ruft illegal die Leute an. Und dann willst du mir was erzählen von, ihr habt das Gesetz hinter euch. Also, du machst dich so lächerlich. Das ist doch peinlich. Ähm, nochmal, Kollege. Ja, Kollege. Du hast mich nicht zu duzen, okay? Mir ist mir egal, du bist für mich nichts wert. Du bist für mich genauso... Ach, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, warum ich noch so lange mit ihm in der Leitung bin. Naja, wir haben ja jetzt auf jeden Fall schon 23, 30. Ich weiß nicht, dass es so viele unnötige Menschen wie ich. Das macht wirklich Spaß, solchen Vollidioten zuzuhören beim Reden. Genau, so erzählen auf jeden Fall die Betrüge. Weißt du, du hast ja nicht mal eine Ausrede für das, was du da machst. Das ist ja peinlich, was du da sagst am Telefon. Was habe ich? Eine Ausrede für das, was ich mache? Ich mache es seit 8 Jahren. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Um Gottes Willen, ist das traurig. Ist das traurig. Ist das traurig. Hätten Sie mal in Ihrem Leben was erreicht, dann müssen Sie mal so welche dummen Sachen um. Haben Sie nicht? Ja, habe ich doch erreicht. Welcher ein einständiger, seriöser Mann wäre? Genau. Sagt derjenige, der illegal anruft mit einer gespufften Rufnummer. Dann würden Sie mich nicht duzen und sonst was. Ja, sagt derjenige, der mit einer gespufften Rufnummer anruft. Illegal. Sagt der illegale Typ am Telefon, ja. Der illegale Typ am Telefon. Nochmal. Ihr ruft illegal an. Da gibt es kein Wenn und Aber. Mir fehlen echt die Worte bei solchen Menschen. Ja, mir fehlen die Worte bei solchen Menschen wie dir. Weil das ist einfach nur für mich bist du Abschaum. Das ist ekelhaft, wie du die Menschen betrügst am Telefon. Es ist widerlich, dein Job. Dein Job ist einfach nur minderwertig. Besser als vom Staat Geld zu nehmen, Kollege. Ja, mache ich ja nicht. Mach doch mal was Vernünftiges in deinem Leben. Na ja, YouTube. Um Gottes Willen, Sie brauchen echt Hilfe. Ich habe einen sehr, sehr guten Psychologen hier bei uns in NRW. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen jemand durchgehen. Ja, musst du erst mal hingehen bei dem Job, ne? Warum, weil meinst du aber durch? Ich helfe Menschen in Deutschland, das Geld beim Geld zu sparen. Ne. Nein, das ist ja nicht wahr. Es ist ja nicht wahr. Ähm, warten Sie mal ganz kurz. Jo. Gib mir mal deinen Chef. Warten, mein Chef ist gerade in der Teambesprechung. Ich habe ein Homeoffice. Warten Sie mal. Ja, ja, genau. Und deswegen hört man da im Hintergrund Leute, oder was? Genau, ähm, Entschuldigung, wir sind ein Unternehmen. Nein, ihr seid kein Unternehmen, ihr seid Betrüger. Okay, warten Sie. Ja. Können Sie das bitte noch einmal wiederholen? Ich sagte, ihr seid Betrüger. Einmal bitte nochmal Ihren Namen von Zunahme. Hm, Gerold Steiner. Gerold Steiner, wo sind Sie geboren, Herr Steiner? Hm, am 17.07.92. 92. Perfekt. Ich habe die ganzen Fake-Daten schon im Kopf, ne? Wie lautet Ihre Anschrift? Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin. Perfekt. Und diese Rufnummer ist von Ihnen. Können Sie sich einmal bitte noch einmal die Rufnummer wiederholen? Die habe ich nicht im Kopf. Das ist wie alle anderen Fake-Daten. Okay, das ist die Rufnummer, die aber angezeigt wird, ja? Hm. Darf ich diese Daten weiterleiten in Ihren Namen, Herr Steiner? Ja, natürlich, gerne. Vielen Dank dafür, dass Sie das Sprichwort aufgezeigt haben. Damit waren Sie auch einverstanden, ja? Ne, damit war ich nicht einverstanden. Okay. Und warum sind Sie damit nicht einverstanden, Herr Steiner? Ich habe gesagt, die Arbeit bei der Verbraucher... Na, weil Sie illegal hier anrufen. Deswegen bin ich damit nicht einverstanden. Okay, also sagen Sie, dass mein Job, was ich hier gerade mache, illegal ist, ja? Richtig, genau. Also machen Sie... Illegale Telefonwerbung. Also, Herr Steiner, betätigen Sie gerade bei der 24 in den... bei dem Herrn Kühnen einen Rufmord. Das machen Sie gerade. Ist das richtig? Nein, das mache ich nicht. Das sind die Wahrheit. Aber Sie sagen gerade... Also, ist das für Sie die Wahrheit? Also, machen Sie gerade Rufmord. Das ist nicht für mich die Wahrheit. Das ist für alle anderen auch die Wahrheit. Und ich kann es ja überbelegen. Kein Problem. Vielen Dank, Herr Steiner. Ich habe Ihre Daten jetzt aufgenommen, aufgespeichert. Lächerlich. Ich habe deine Weiterekeit und ich beende jetzt die Aufweichung. Ja, und du bist lächerlich. Dein Job ist lächerlich. Alles, was du da machst, ist lächerlich. Das wird jetzt weitergegeben. Die Rufnummer haben wir ja spätestens da. Wird dann alles geklärt. Mit Ihnen will ich weiter kommunizieren. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall nichts Gutes der Welt. Ja, das wünsche ich Ihnen auch nicht. Dankeschön. Hoffen wir, ich mache dir das. Schalt, bitte wieder. Sehr guten Tag. Ich bin Lennar Schmidt. Ich rufe Sie an von Koalitätsabteilung auf Influx-Finanz-Sigma. Ich möchte wissen, haben Sie Erfahrung im Online-Trading oder nicht? Nö. Sie haben keine Erfahrung? Nö. Sehr gut. Weil Sie haben keine Erfahrung, Sie können anfangen auf unser Unternehmen, ja? Es ist ein Handelsunternehmen und Sie haben selbst sich Registrierung gemacht, ja? Nach einer Werbung. Und jetzt, Sie hat diese Stelle, ja? Aber es ist noch nicht aktiv. Und gibt es Profit auch, ja? Nach, äh, er öffnet diese Stelle automatisch, Profit gespeichert auf Ihre Stelle. Aber es ist nicht zu Ihrer Hand. Sie machen so, damit Sie werden dieses... Hä? Was? Herr Klaus, meine Stimme ist Recording. Was ist das Problem? Weiß ich nicht. Was ist denn das Problem? Sie rufen mich auch von der Qualitätsabteilung an. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja. Okay, sehr gut. Und nach Aktivierung, Sie werden verschiedene Disleistungen bekommen, ja? Ja, aber was, äh, was... Ich verstehe jetzt den Grund des Anrufs nicht. Warum Sie versteht diesen Anruf nicht? Ich hab' gesagt, Sie haben eine Stelle bei uns, aber es ist nicht zu Ihrer Hand sein. Also, ich versteh' nicht, was Sie sagen. Hallo? Was denn jetzt? Herr Thaler, hören Sie mich? Ja. Entschuldigung, wir haben Probleme mit unserer Verbindung, ja? Und, äh, ja, Sie haben eine Stelle bei uns, äh, und es gibt Profits auch, ja? Ich hab' eine Stelle bei Ihnen. Ja, Sie haben eine Stelle, ja? Also, einen Job, oder wie meinen Sie das? Was meinen Sie, äh, wie bitte? Ja, Sie, na, Sie sagen, ich hab' einen Job bei Ihnen, oder wie? Äh, nach einer Werbung, das gehört unser Unternehmen, Sie haben eine Stelle bekommen, ja? Und automatisch Profits, äh, gespeichert. Äh, aber es ist nicht zu Ihrer Hand sein. Wir machen so, damit Sie werden diese Stelle bekommen und verschwinden die Leistung. Zum Beispiel, Sie werden einen Finanzberater zur Verfügung, äh, das, äh, wir werden helfen Ihnen und, äh, Sie finden, welcher Finanzmarkt ist besser für Sie, ja? Also, ich versteh' nur Warnung. Sie werden eine Diskussion machen. Eine Diskussion? Ja, Sie werden eine Diskussion machen mit Ihrem Finanzberater. Aha. Verstehen Sie, oder nicht? Nee, gar nicht. Also, Ihr Deutsch ist so schlecht, ich weiß gar nicht, was Sie mir sagen. Was ist das Problem? Ja, Ihr Deutsch ist das Problem, ich versteh' Sie nicht. Okay, ich sage noch einmal, ja? Ja. Äh, schauen Sie, äh, Sie werden verschiedene Dienstleistungen bekommen nach Aktivierung Ihrer Konto, ja? Es gibt Profits, äh, auf Ihrer Stelle, ja? Ja, und Sie werden einen Finanzberater zur Verfügung bekommen und Sie werden eine Diskussion machen mit Ihrem Finanzberater und finden, welche Finanzmarkt ist besser für Sie, ja? Ja, und Sie werden Ihre Profit wochentlich oder monatlich bekommen. Aha. Okay. Und, äh, unsere Firma kooperiert mit Datenbank und verschiedenen Banken und, äh, wie, ähm, SDA, also wie reguliert mit SDA, ja? Mit was? S-C-A. Ach so, ja, okay. Okay, so. Was ist das? Sie wissen nicht, was ist FCA? Genau. Es ist ein Unternehmen, das ist, äh, gesamtlegal und alle Handelsunternehmen und verschiedene Unternehmen, äh, sehen und kontrolliert mit FCA-Departement. Und wozu ist das gut? Ja. Ja, und wozu ist das gut? Ja, es, äh, es ist, äh, es ist, äh, positive Punkte und Sie können, äh, diese Progresse kontrollieren auf Ihrem Handy. Aha. Okay, so, welche Kreditkarte haben Sie? Äh, keine Ahnung, gar keine, glaube ich. Es ist Debitkarte. Was für eine Karte? Welche, welche Bankkarte haben Sie? Es beginnt mit fünf oder vier. Na, weiß ich nicht, ich hab sogar, ich hab eine ganz normale Karte für den Automaten. Okay, normale Karte. Äh, schauen Sie und sagen Sie mir, es beginnt mit fünf oder vier. Ja, aber warum? Okay, ich brauche diese Informationen zum System stellen und wir werden eine Einzahlung machen, ja? Ja, äh, und es wird automatisch auf Ihre Konto und Ihre Balance und Ihre Stelle wird automatisch aktiviert, ja? Und danach Sie können diese, äh, äh, diese, ähm, Amount, diese Gelds auszahlen und Sie werden mit Ihrem Finanzberater Diskussion machen und anfangen, ja? Aber wieso? Sie bezahlen nicht für uns, Sie bezahlen auf Ihre Stelle. Ja, aber warum soll ich was bezahlen? Weil, ähm, schauen Sie, es ist nicht Bezahlung, es ist Einzahlung, ja? Ja, und danach Sie werden jetzt auszahlen. Wo ist denn da der Unterschied? Unterschied? Ja. Äh, ich bezahle auf meine Plattform und ich kaufe, aber Einzahlung, es werden weiterleiten auf Ihre Konto. Verstehe ich irgendwie nicht. Ich erkläre noch einmal, Herr Zahler, hören Sie mich. Ja. Wenn Sie bezahlen für, äh, etwas, zum Beispiel ein Coca-Cola, Sie werden es bezahlen und kaufen, ja? Ja. Aber wenn wir einzahlen, Sie weiterleiten auf Ihre Stelle. Sie sehen Ihre Geld, ja? Auf Ihre Stelle. Auf was denn für einer Stelle? Stelle im Finanzmarkt, das Sie haben bei uns, hören Sie mich? Den, den Job jetzt auf dem Finanzmarkt, oder wie? Es ist, äh, einfach eine Handelsplattform und Sie haben eine Stelle bei unserem Unternehmen. Na, also ich habe jetzt einen Job bei Ihrem Unternehmen, oder wie? Ja. Nein, nicht Job? Nein, es ist nicht Job, sondern es ist eine, äh, Stelle, wo man, äh, wo man, äh, Geld verdienen kann, ja? Ja, Profit, Profit verdienen kann. Und maximieren Ihre Profit. Und Sie können auch zahlen, als Geld zum Beispiel. Na, aber was denn für einen Profit gibt's? Das verstehe ich noch nicht. Für Ihre, äh, für Ihre Registrierung, Sie werden bekommen, äh, Profit, ja? Sie haben es schon auf Ihrer Stelle, aber es ist nicht zu Ihrer Hand sein. Nein, es ist abgeschlossen. Nach einer Einzahlung, äh, Sie werden es eröffnet und Sie werden es, äh, auszahlen, ja? Okay, und wer sagt Ihnen das alles vor? Ja, alles ist klar. Was ist das Problem? Gar kein Problem. Ich habe gefragt, wer Ihnen, äh, dass da alles immer vorsagt, was Sie sagen. Sie kriegen ja jedes Wort vorgesehen, äh, also in den Mund gelegt. Was meinen Sie? Na, da sitzt jemand im Hintergrund und sagt Ihnen jedes einzelne Wort vor. Nein. Doch, habe ich ja gehört. Nein, meine Kollegin ist, ich spreche mit anderen Menschen, ja? Nein, hinter Ihnen sitzt jemand und sagt Ihnen jedes Wort vor, was Sie sagen sollen. Nein, es ist nicht richtig. Wir haben schon viele Kollegen hier. Ja, aber ich habe doch gehört, dass da jemand im Hintergrund vorher, bevor Sie das aussprechen, exakt das Gleiche sagt. Nein, es ist nicht richtig. Habe ich aber gehört. Nein, es ist nicht richtig. Wir haben, wir haben verschiedene Kollegen hier, dass alles ist Arbeiten, ja? Und es ist nicht verbunden mit allen Kunden. Ja, wissen Sie, aber ich lasse mich nicht so gerne anlügen. Und deshalb, wir haben hier Musik, aber meine Kollegin hier ist Sprecher, ja? Ja, und dann sitzt da noch eine Kollegin, die sagt Ihnen jedes Wort vor, was Sie sagen sollen. Herr Taller, es ist nicht verbunden mit dir, mit Ihnen. Ja, aber da sagt Ihnen doch die ganze Zeit jemand was vor. Nein, meine Kollegen sprechen mit anderen Kunden. Heute, wir haben viele Kunden, ja? Ja, aber die sprechen doch nicht exakt in der gleichen Sekunde über das gleiche Thema. Nein. Ja, es kann sein, weil wir haben gleiche Kunden, ja? Die Situation kann sein, gleich. Herr Taller, ich habe keine Zeit. Ja, aber warum rufen Sie mich dann an, wenn Sie keine Zeit haben? Versprechen mit dir, aber ich denke, Sie möchten nicht ein positives Resultat bekommen, ja? Wenn Sie möchten nicht, ich will beenden diese Sprecher, ja? Dann weiß ich nicht, warum Sie überhaupt angerufen haben. Also das hat jetzt ja dann keinen Sinn. Okay, ich frage, ich frage, mit welchem Zahl Ihre Kreditkarte anfangen, 4 oder 5? Es beginnt mit 5 oder 5? Ja, aber ich verstehe noch gar nicht den Grund, warum ich Ihnen das sagen soll. Herr Taller, Sie brauchen eine Einzahlung machen, ja? Es kostet 50 Euro. 50? Ja, 50 Euro. Vor aktivieren Ihre Konto. Und danach, Sie werden es auszahlen. Jetzt möchte ich wissen, mit welchem Zahl es beginnt. 5 oder 4? Nein. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Schauen Sie Ihre Kreditkarte und sagen Sie mir, mit welchem Kreditkarte, mit welchem Zahl es beginnt. Ja, habe ich Ihnen doch vorhin schon gesagt, ich habe sowas gar nicht. Sie haben keine Kreditkarte dabei? Nee, ich besitze keine. Haben Sie Debitkarte? Was ist das? Debitkarte. Ja, was ist denn das? Sie wissen nicht, was ist Debitkarte? Es ist normale Bankkarte. Ach, eine normale Bankkarte, ja, sowas habe ich. Sie haben es, ja? Ja. Okay, sagen Sie mir die Informationen auf Ihre normale Bankkarte. Ja, aber warum soll ich Ihnen meine Bankdaten sagen? Wir müssen diese Informationen in unsere Systeme stellen, ja? Ja, und danach, es wird automatisch aktiviert. Und ohne Ihre Bestätigung, wir machen nichts. Sie werden Nachrichten bekommen vom Bank, ja? Also, Sie sind sowas von, wie irgendwas mit Trading, oder was ist das? Wovon Sie jetzt anrufen, oder was machen Sie da? Herr Thaler, diese Dienstleistung, Sie werden bekommen nach einer Einzahlung. Ja, aber was denn für eine Dienstleistung? Ich habe noch nicht verstanden, was für eine Dienstleistung. Sie werden, Sie werden einem Finanzberater zur Verfügung, und Sie werden diese Stelle eröffnen und aktivieren für selbst, ja? Na, aber ich habe doch bei meiner Sparkasse schon einen Finanzberater. Sie haben Ihre Finanzberater? Bei der Sparkasse, ja. Okay, sehr gut. Der macht so mit Versicherungen und so. Okay, es ist eine andere Stelle. Ach so. Ja, dann weiß ich noch nicht, was Sie machen. Also, dann habe ich das noch nicht verstanden. Weil, so richtig erzählen tun Sie ja nichts. Äh, Sie haben bei uns Profit, ja? Möchten Sie diese Profit bekommen, oder nicht? Es ist eine andere Plattform. Man kann halt verschiedene Plattformen in verschiedenen Unternehmen, ja? Also, ich habe bei Ihnen Profit. Sie haben bei uns Registrierung gemacht, ja? Und jetzt, Sie haben diese Stelle und diese Profit. Und wie viel Profit hat das Konto? Ja, für diese Registrierung, Sie haben Profit. Ja, wie viel denn? Es ist 250 Euro, Sie haben diese Profit. Ach, das habe ich jetzt schon. Das ist, was ich jetzt besitze, oder wie? Nein, es ist für andere Plattform. Sie haben in Ihrer Sparkasse, ja, aber es ist andere Plattform. Ja, und da habe ich 250 Euro auf dem Konto, oder wie? Ja, ja, genau. Ach so. Ja, nee, dann würde ich die auszahlen, ja. Ja. Und Sie werden, Sie werden, Sie werden 300 Euro auszahlen. Mit diesen 50 Euro, das Sie werden einzahlen. Wie, na, ich will doch, dass Sie 250 Euro abheben. Ja, genau. Ja. Auf Ihre Karte. Genau, die würde ich dann abheben. Die können wir dann auf mein Bankkonto überweisen. Ja, genau. Ja. Also, wollen Sie das Geld da jetzt drauf überweisen, oder wie? Ja. Äh, jetzt, jetzt, ich brauche diese Daten, äh, auf Ihre normale Karte im System stellen, ja. Und danach, Sie können es auszahlen. Ja, warten Sie denn? Äh, wir, dass unser System erkennen, Sie sind die gleiche Person. Warten Sie denn? Muss ich mal meine Bankkarte suchen? Ja. Also, meine, bei meiner Banknummer ist dann die DE. Hallo? Äh, es ist Girokarte, ja? Ja. Okay, äh, haben Sie nicht Kreditkarte? Na, habe ich doch jetzt gesagt, ein paar Mal schon. Ich habe keine Kreditkarte. Ich habe eine ganz normale Sparkassenkarte. Da können Sie mir das drauf überweisen. Äh, okay, äh, äh, ein Moment, ein Moment. Herr Thaler, haben Sie WhatsApp? Ja, aber was soll das? Und, äh, jetzt, äh, haben Sie jemanden auf Ihrer, äh, Familie, äh, wenn, äh, Kreditkarte haben? Mit Kreditkarte ist es sehr leichter. Na, ich frage doch nicht meine Familie, ob ich von denen eine Kreditkarte haben kann. Ich glaube, es hat... Ähm, äh, weil bei, äh, diese Girokarte, es dauert sehr lang. Nö. Also, wenn ich damit bezahle, ist das sofort erledigt. Überall, egal wo. Okay, jetzt. Haben Sie Anydesk? Nö. Was ist das? Anydesk, es ist eine Applikation. Was ist eine Applikation? Ja. Ja, was ist das? Was ist eine Applikation? Ich kann, ich kann Ihr komisches Deutsch nicht verstehen. Es ist eine Applikation, wo man... Ja, was ist denn eine Applikation? Ich verstehe das Wort nicht. Was ist das? Es ist ein Programm. Ach, ein Programm. Ja. Ja. Einen Moment, ich werde Ihnen schenken. Sie wollen mir was schenken? Äh, die Namen auf diese Applikation. Aber Sie haben keine WhatsApp-Apple, zahle. Na, hab ich doch ges... Na, doch, ich hab WhatsApp, aber ich geb Ihnen das nicht. Hab ich doch gesagt. Es ist die Re-E-Mail-Adresse, hey, zahle. Klaus, zahle.atwebmail.com, ja? Nö. So, was ist die Re-E-Mail-Adresse? Na, warum... Denn ich dachte, Sie brauchen jetzt meine Kontonummer. Dann kann ich denn... Sie wollten mir doch die 250 Euro überweisen. Haben Sie doch vorhin gesagt. Bevor, äh, Bevor-Überweisung, wir brauchen eine 50 Euro einzahlen, ja? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich muss doch kein Geld... Ich muss doch nicht 50 Euro einzahlen, um dann mein Geld rauszuzahlen. Das ist ja absoluter Blödsinn. Das ist Quatsch. So was gibt's nicht. Das klingt nach Betrug. Sind Sie Betrüger, oder was? Nein, es wird nicht Betrug. Wir brauchen nicht nur 50 Euro. Wenn wir möchten betrugen, wir werden mehr als 50 Euro betrugen. Naja, das kommt doch jetzt nicht darauf an. Da reicht doch schon ein Cent, um betrogen zu werden. Nein. Doch. Nein. Wenn ich möchte betrugen, ich werde 10.000 Euro betrugen, ja? Ja, aber Betrug reicht auch schon 50 Euro und auch ein Cent. Betrug bleibt Betrug. Nein. Ich werde Ihnen doch nicht 50 Euro geben, damit Sie dann Geld an mich überweisen. Das macht doch gar keinen Sinn, was Sie da erzählen. Herr Thaler, hören Sie mich? Ja, aber Sie hören mich ja scheinbar nicht. Sie unterbrechen mich ja permanent. Wir brauchen nicht mit 50 Euro betrugen machen, ja? Und wir werden nicht diese schlechte Behandlung machen, wenn wir kooperieren mit FCA, weil wir werden verlassen unser Zertifikat, ja? Ja, es ist der große Risik von uns. Nein. Ja? Und ich denke, Sie müssen Ihre Meinung ändern, ja? Warum? Weil es ist falsch. Es ist nicht richtig. Ja, aber ich werde Ihnen keine 50 Euro geben. Wir brauchen es nicht, ja? Na gut, dann überweisen Sie mir meine 250 Euro, die ich bei Ihnen habe. Nein, nein, nein. Ja, warum nicht? Nein, weil unser System ohne Verifikation konnte nichts machen. Wir brauchen eine Verifikation, ja? Wir brauchen eine Erlaubnis bekommen von Datenbank. Und diese 50 Euro ist für Erlaubnis, nicht für andere. Ja, wenn Sie da eine Verifikation brauchen, das ist ja nicht das Problem, dann sagen Sie mir die Postidentnummer und dann können wir das gerne über Postident machen und dann können Sie mir die 250 Euro geben. Nein, nein, wir können, wir erlauben nicht. Wissen Sie, ohne Erlaubnis von Datenbank, wir machen nichts. Na, was denn jetzt für eine Erlaubnis? Es ist die gleiche Situation, wenn Sie gehen nach der Bank und ohne Ihre Erlaubnis, die Bank machen nicht für Sie, ja? Es ist die gleiche Situation, aber es ist eine Online-Plattform, ja? Ja, aber ich muss ja bei der Bank keine 50 Euro einzahlen, um 250 Euro abheben zu können. Es ist eine Online-Plattform. Ja, spielt ja keine Rolle. Wir brauchen eine Verifikation. Ja. Ja, es ist eine große Rolle. Ja, die Verifikation, aber Sie quatschen mir ja permanent dazwischen. Ich war noch bei einem anderen Thema. Sie haben nicht genug Informationen über die Online-Plattform, ja? Warum brüllen Sie jetzt so ins Telefon? Wie bitte? Warum brüllen Sie denn jetzt so ins Telefon? Ich verstehe nicht, was Sie sagen, aber ich habe gesagt, Sie müssen, Sie müssen maximieren Ihre Informationen über die Online-Plattform, ja? Am ersten Fall auch vielleicht ein, Sie müssen maximieren Ihre Informationen über die Online-Plattform, ja? Und die unterschiedlichen mit Bank und so weiter. Und danach? Und danach ändern Ihre Meinung über Online-Finanzmarkts, ja? Man kann viele Profits bekommen. Ja, Sie haben doch gesagt, Sie haben doch gesagt, ich habe 250 Euro auf Ihrem Konto. Und das sollen wir auszahlen. Ja, genau. So, und jetzt habe ich gleich noch eine Frage. Dieses Jahr genau hat Ihnen tatsächlich wieder gerade jemand vorgesagt. Es gibt verschiedene Unternehmen, ja? Ja, aber ich habe gerade was gefragt, warum Ihnen die ganze Zeit jemand jedes Wort vorsagt. Das hatten wir vorhin schon mal, das Thema. Da haben Sie das verneint. Also da haben Sie mich ganz klar angelogen am Telefon. Ihnen sagt jedes Wort einer im Hintergrund vor. Eine andere Frau, mit einer sehr quietschigen und sehr hohen Stimme. Pferdhalle, Sie werden immer viele Anrufe kommen, ja? Ja, geben Sie mir mal die Frau aus dem Hintergrund, weil das ist ja Quatsch. Wenn die Frau im Hintergrund... Jetzt reden Sie nicht wieder dazwischen. Geben Sie mir einfach mal die Frau im Hintergrund, weil wenn die Frau im Hintergrund sowieso alles vorsagt, dann kann ich auch mit ihr direkt sprechen, dann brauche ich sie ja nicht dazu. Weil sie verstehe ich sowieso nicht. Beste Frau, meinen Sie? Ja, die Frau, die die ganze Zeit alles vorsagt. Schauen Sie, es gibt verschiedene Mitarbeiter, Mitarbeiter... Ja, weiß ich. Und ich möchte jetzt gerne mal mit der Mitarbeiterin hinter Ihnen sprechen, oder neben Ihnen. Sie möchten mit anderen sprechen? Ja, mit der Frau aus dem Hintergrund, genau. Nein, eine meine Kollegen... Doch, die Frau, die gerade Nein gesagt hat im Hintergrund, genau die möchte ich gerne sprechen. Nein. Doch. Nein, nein. Ja, dann sind Sie für mich Betrüger, tut mir leid. Ah, okay, wenn Sie möchten, diese Situation denken... Ja, Sie sind Betrüger. Okay, das ist Ihre Meinung. Nein, das ist nicht meine Meinung, das ist ein Fakt. Sie zocken die Leute ab. Das ist illegal, was Sie machen. Sie machen sich übrigens selbst damit strafbar. Das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da machen. Das ist nicht meine Meinung, das ist nicht meine Meinung, das ist ein Fakt.